so ja ich habe mich spontan kalt aber eigentlich wollte die aufnahme und die jetzt beenden aber ich habe halt so lust irgendwie noch mal eine aufnahme zu machen und darum ja noch eine folge so euch geht es gut die lachen auf die musik haben sie auch in der box euch packe ich dann nach oben schauen wir können irgendwie später dass man später noch wirklich ob der ertrag jetzt auch dann steigt diesen gewachsen ich könnte die plots ohne wildnis farm gehen hier mit gemüse hier das gemüse du hast da hat an deiner die snecken alle rein liegen oder welche es gibt was der bitte akquiriere das folgende für zukünftige foto der will die mitsi slimes haben der will 14 die slimes haben wie viel pinke slimes neun pinkies und 14 mit die plods gibt es mir gerade mal nicht die plods gibt es mir gerade mal nicht da haben wir die hüte branche auch nicht mitsis wir holen mitsis noch 16 stück 16 stück sind viel ob ich jetzt so viele mitsis finde glaube ich kaum ich muss irgendwie alles mitnehmen wenn ich das so sehe also naja hier alles verteilen alles nach unten schmeißen hier drinnen ich sollte ja füttern steht da wo ich hier reingehe in diese Höhle da bitteschön wie tief die sind wohl auf angriff gegangen ok warte da hinten gab es immer da hinten durch und die koralle durch gab es doch immer mitsis so wir gehen mal kurz gucken ich bin froh dass die Hühner in dem kleinen Hühnerstall sich selber versuchen vielleicht kann man das auch noch upgraden hier gibt es mitsis hier hey du komm mal her na hier komm du mal her nein ich wollte dich kurz lecken äh wirst wünschen ich brauche so viele von den mitsis ne hier hier noch mitsi bleiben ah die ist nicht gut wenn die das mitsi dem essen könnten die ja zu den dunklen werden theoretisch ne hier sind alles von den mitsis noch aha ich hoffe nur der behandelt die gut die mitsis ja hier jetzt haben wir die musik halt jetzt sind alles gut wie alle tot hier boah das ist halt wenn diese verschiedene plots komm verschwinde ne 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 abhauen ist nicht abhauen ist nicht verschwinde ich würde es nicht so hau ab ach guck hier ist ja eine erdbeere hier sind auch ihr kennt noch erdbeeren sein können ok das ist natürlich cool alles voller mitsis jo ja ich habe alle mitsis aha ich würde ja auch gerne da ich würde ja schon gerne die mitsis auch noch ne aber ich brauche mal das fleisch weil ich dann mal nicht dieses fleisch liefern kann für die zum essen ich kann ja nix als als plan b nehmen bei denen ich kann kann ich mal eigentlich ein silo bauen dass ich mir was auf vorrat anlege aber das wird ja nicht mit das wird nicht mit uah das wird ja nicht mit Entschuldigung der blut jetzt mal weg hier ich brauche jetzt nicht das wird ja bestimmt nicht mit Hühnchen und sowas funktionieren klar in Sachen Früchten und so ja aber der Rest ist ich guck mal ob ich ein silo machen kann ich glaube schon ich glaube ein silo geht so so oh na du kleiner Schlawiner sehr schön so vermischen tue ich die nicht kann ich auch nicht so die Gocke bitteschön noch nicht zu hastig essen ich werde schon mal versuchen die meat slimes mit zu halten mal ein bisschen ich habe gesagt wie lange kann ich die halten ne so also so so Moment Jungs entfallen okay so 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 das bleibt kurz dann immer so das ist natürlich super die Mürschen die Mürschen können wir eigentlich auch durch das von hinten ersetzen ne die Mürschen könnte man eigentlich auch durch Stiche ersetzen durch diese Herz äh Teile so die Quadribären die wollen Gemüse die wollen die Quadribären lecker jo hier noch ein paar für jeden noch mal eine dabei ja ihr kriegt auch mal so ein paar Bären bitteschön und ihr kriegt die Pogo Früchte Pogo Style ja kriegt ihr alle ihr kriegt gleich Gemüse don't panic ich kümmere mich drum ihr kriegt Gemüse ich denke jetzt nämlich die anderen gegeben hm es gab doch bestimmt Spring ich muss ja erstmal von den Früchten noch was nehmen bevor ich das jetzt weg mache ich meine die Mürn und so das kriegen wir ja ganz schnell wieder ne das ist ja nicht das Problem ich überleg grad ne ob ich jetzt warte mal hier ist ja nur das kann ich ja weg machen Anbau für die Zerstörung ja ich kann Silo machen man kann nichts mitnehmen wenn man geht also pack es ins Silo die Frage ist halt das Silo hier hinpacken möchte ich nicht ich möchte es gerne da drüben hinpacken das sie ist ich würde vielleicht gerne aber ich kann das eigentlich einfach oh sehr schön wenn ich hier die Meat Slimes gerne hätte ich hätte ich weiß ja nie ob das ein bisschen zu hoch gestorren ist vier Slimes haben zu wollen ich bin guck mal wenn ich jetzt die Meat Slimes nicht benutze hohohoho die Meat Slimes sind aber was wert weißt du was ich benutze die Meat Slimes nicht nein ich benutze sie nicht mal kurz warte mal kurz vollheal ich glaube hier kann ich abkürzen so Meat Slime Wiese da hinten da hinten gut sind wir zu Hause alles ok wie über die Plots rumliegen ne so gut dann lasse ich das die baue ich trotzdem woanders hin die hier ich überlege halt ob ich die Hühner überhaupt anbaue wenn ich die nicht anbaue ne die Hühner dann könnte ich da locker das Silo hin machen ich würde halt gerne hier ne Silo hin machen die Hühner weg und das da äh da mit rüber tun einfach ach guck nicht wie viele Plots aber so züchten dass sie sich vom weg werden kann man nicht ne schade eigentlich Alle? Ja, das war alle. So. Nice. Es gibt zwar nicht so viel Kohle gerade. Kohle ist schon reif. Wie gut. Ich bringe es gerade nicht so viel Geld. Aber ganz ehrlich. Ah, ich kann gedrückt halten. Das ist super. Ich kann gedrückt halten. Das ist gut. Ja, ich muss gehen schlafen. Vielleicht ist es dann gewachsen bis dahin. Tausend. Zaunupgrade. Wie sieht das aus? Ja, ich kaufe es mir. Fahrtupgrade. Ich wollte schlafen gehen. Dann gucke ich dir das am nächsten Morgen an. Ich will so ein Blühtier. Ich will so ein Slime-Blühtier. Ich feiere das mega. Vielleicht kann ich mir selber eins machen. Zaunupgrade. Was ist ein Zaunupgrade? Oh. 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 Ich sehe das Zaunupgrade, Freunde. Ich sehe ein Zaunupgrade. Da oben auch. Oh, ist das hübsch. Geht das noch gut? Jo, ist noch. Alles okay. Alles noch okay, ne? Alles noch okay. Jo, ihr kriegt gleich essen. Geht gleich los. Oh. Oh. Schön. Ja, schön. Guck mal, die sind sogar so Moos dran. Schaut, dass es halt hier oben noch mehr gibt. Dass es hier noch mehr gibt. Vielleicht gibt es das mit diesen Upgrades von diesen Seven Seed Corporation. Dass irgendwie da noch so ein bisschen Berg hier verschwindet oder sowas. Dass man dann dort noch mehr Anbauflächen kriegt oder sowas. Ey, ich hoffe es. Das wäre so schön. Seid ihr auch gewachsen hier, bitte? Noch nicht ganz. Sie sind noch nicht ganz gewachsen. Ihr kommt sind so noch alle weg jetzt. Ich brauche keine Hütchen. So. Ihr wollt Gemüse? Äh, okay. Kriegt ihr? Ihr kriegt erstmal Erdbeeren. So, vier Stück. Wollt ihr noch einer haben? Okay. Die vierte ist zu viel gerade. Lass ich die euch drinnen liegen. Ihr wollt nur Gemüse haben. Ich kann leider nicht mit der, äh, besseren Variante gerade glänzen. Nehmt bitte dabei denn das Gemüse. Bei der Arm gibt es dafür hoffentlich die anderen. Ja, ihr kriegt auch. Guck mal, ihr kriegt die Erdbeeren. Guckt, ihr kriegt die Erdbeeren. Lasst es euch schmecken, Freunde. Was liegt da hinten drin? Was ist die Erdbeere? Ich mag diese Leuchtdiplots mega. Die sehen so cool aus. Oh, ne Quatsch jetzt. So. Oh, die haben ziemlich viel Gemüse noch hier. So, hier darf ich nicht so weit reingehen. Ich lasse mal, ob wir noch was drin liegen an Karotten. Na ja, guck mal. Die essen nämlich schon noch ein bisschen was. Na ja, ich lasse mal drin. Die essen das noch. Kann ich das nochmal upgraden irgendwie? Slime-Scheuche. In der Slime-Scheuche ist eine ausgelüftete Terrapuppe dazu gemacht, herumlaufende Slimes von deiner Ernte fernzuhalten. Einfach aber zum Fürsten. Ja, hier laufen keine Slimes frei rum. Ich passe ja schon auf drauf. Ich denke, das ist okay. Guck mal, da oben drauf, ne? Vor allem ist das da oben? Was ist das? Eine Antenne? Das ist wie ein Silo. Ich fand's kurzzeitig cool. Ich dachte, das wäre ein Silo. Vielleicht brauche ich euch ja irgendwann wieder, Freunde. Es wird bestimmt Slimes geben, die dann wieder doch Fleisch brauchen. Habt ihr noch Hunger? Die haben noch Hunger, guck mal. Die sabbeln ja dann eigentlich mit dir drinnen rum, ne? Das ist ja geil. Da können wir hier die Menschen versuchen. So. Brutal. Entschuldigung, es tut mir leid. Ich schwöre, das war nicht... Ich hab das nicht so... Also, das war jetzt ein bisschen... Das sieht böse aus, als ich eigentlich dachte. Ja, Brennungsanlage. Watt. Du brauchst es nicht? Verbrenn es. Watt. Teich. Wasser willst du damit anstellen? Es gibt Wasserslimes? Gibt es Wasserslimes? Ich würde es gerne mal bauen, einfach zu gucken, wie es aussieht. Garten. Ich würde es gerne anbauen, aber mal gucken, wie es aussieht, ne? Ich würde es gerne wissen, wie es aussieht, ne? Ich mach was anderes. Äh, wir lassen die doch hier, wo sie sind. Ich will ja nicht, wie das Silo aussehen. Dann mach ich das zum Silo hier. Hier wäre es halt an der Ecke gewesen. Das fände ich irgendwie ganz gut. Ich mach das mal an der Ecke. Guck mal her. Äh, einfach vielleicht so stören. Oh, Hilfe. Ein Silo, bitte. Kann ich da nur ein was? Kann ich das upgraden, bitte? Ziemlich Lagerplatz. Ah, ja, gut, das geht. Hier kann ich jetzt nur ein was drinnen. Das ist sonst echt heftig. Also, ein was ist heftig. Ich kann es mir leider gerade alles nicht leisten. Ich baue das aber schon mal an. Hier ist noch so Strom. Okay, cool. So, Herzrüben, Freunde. Ah, ihr habt noch nicht mal aufgegessen. Dann kriegt ihr die Herzrüben nicht. Okay. Ihr wollt ja Obst haben. Ihr seid ja die Obst. Truppe. Oh, es wächst schon wieder, ne? Ah, das bringt schon was. Das ist schon echt gut. Achso, ich könnte mal die Bloots verkaufen gehen. Wir gehen mal die Bloots verkaufen. Ich kann nicht kennen. Zu viele. Ich meine, die haben ja nicht so viel Wert gerade mehr. Aber das wird schon was werden. Ein bisschen was kriege ich. Das ist schon okay. Ne, ihr mögt keine Rüben. Hier würde ich gerne so ein Wasserding. Also so ein Wassergehege hin machen. Einmal, weil ich das schön finde. Das rundet den Bauernhof vielleicht schön ab. Schau da, ist das. Dass ich auch nicht so Obst verkaufen kann, ne? Was ist das? Oh, guck mal. Die Steinplots steigen. Oh, nice. Habe ich was daneben geschmissen? Plot Autorität. So. Gut. So, jetzt können wir uns den Upgraden hier noch. Die Sprinkleranlage. Und das. So. Optimal. Und die werden zu gut gleich fertig sein, ne? Die hier. Ah, schön. Gut. Ja, vielleicht noch wieder rumgucken gehen, ne? Na. Au. Ich will jetzt noch die ganzen Upgrades hier. Vielleicht. Oh, hier haben wir noch ein paar. Gibt es denn noch irgendwas zum Handeln? Oh ja, es gibt wieder was Neues. Was gibt es denn? Bob. Ich habe keine Hühner mehr. Ich habe keine Hühner mehr. Ich habe die alle zum Fressen gegeben. Was willst denn du haben? Oh. Jo, das passt. Gerotten. Äh, die anderen, das kann ich besorgen. Vier Stück, okay. Krieg ich hin. Ich habe nur drei Stück gekriegt. Verdammt. Bitteschön. Äh, er. Ach, zwei Korotten. Bitteschön. Ah, guck mal. Hier, ein kleiner Rahmen. Jo, jetzt muss ich bis auf meine Atpeernpflanzen noch warten. Auf die Atpeernpflanzen warten. Das ist ja auch nur kein Problem. Flup, flup. Ob es also im Wasser auch welche gibt? Wäre schon cool, ne? Da sind die Höhle rein, möchte ich ungern gerade. Weil halt immer diese Bösen auftauchen könnten. Da müssen wir Früchte mit haben. Für die Bösen. Weil diese Bösen sind ja diese Flugteile. Wie sie sich freuen, das ist für süß. So. Also vier Pokofrüchte. Lalalala. So, noch sieben. Ja, was kriege ich da? Oh, ein bisschen Geld. Ein bisschen Geld, ne? Ach, guck mal, ist nicht reif. Direkt frisch vom Baum. Die Quadrabärin. So. Okay, wie viel sie haben? Sieben. Ne? Zwei, drei, vier, 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 vier. Dankeschön, 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 dankeschön. Wieso der mir aber diese Plots dazu immer gibt. Wieso können wir da immer wieder... was die Plots wert sind, Geld einfach geben. So, heben wir hier ein bisschen was auf. Lagerplatz kostet 500. Okay, 500 kostet... Ah, hier liegt doch noch einer, guck mal. So. Ich weiß noch, ein Lagerplatz kann nicht schaden. Noch ein Lagerplatz. Jawohl. Ah, sehr schön. Ist gut, dass ich das in die Ecke gesetzt habe, nicht hier irgendwie hin, das ist sonst doof. Die wachsen auch gerade, sehr schön. Warte mal, meine Möhrchen... Ah, die Möhrchen wachsen auch. So. Jetzt habe ich auch eine Möglichkeit, das zu lagern, das ist natürlich super. Euch geht's gut? Euch geht's gut. Euch auch. Sieht sowas aus. Juhu, die freut sich. Wollt ihr ein paar... Oh, ein paar Karotten? Alles, Frisor. Ja, die furtet echt alles, die Kleinen hier. So, die Karotten. Weißt du was? Weißt du was? Eins, zwei, drei, vier. Kriegt ihr einer noch da da? Die hängt da ein bisschen fest. Okay, die wollen gar nichts fordern. Die haben's gefordert und es wurde schon eingesaugt. Perfekt. Oh, ich hab' einen blauen Slime aus und hier rausgelogen. Dium, dum, dum, da, dum, dum, da. Dum, dum, da, dum, da. Da. Ja, 15 zur Zeit. Und nicht so die Welt. Ach, ich bin so doof. Wo ich die Erdbange reingeschmissen habe, die wollen ja Gemüse haben. Ich bin so blöd. Ich nehme die wieder. Aber ja, ist mein Fehler. Geht auf meine Kappe. Ah, super. Hier, dafür bekommen wir ganz viele Herzrüben. So. Ah, da kommen wir noch die Quartere mehr. Hier, natürlich schön. Aber nicht weiter sagen. Düsenantrieb. Headpack-Düsen, die 20% weniger Energie verbrauchen. Aber die Spaß verdoppeln. Uh, bessere Düsen, das ist cool. Okay, hier. Dann mal bitte. Alle hinzuholen. Ein bisschen Geld farmen. Ihr hattet, ne? Ihr freut euch alle. Gut. Wollt ihr nicht essen? Dann gebe ich sie den Vielfrausen. Aua. Wir haben die Vielfrausen hier schon. Oh, Zähne. Ja, das geht. Alles ist meine Vielfrausen cool. Die essen halt alles, ne? Und da ist nix. Keine Nebenquest. So. Sehr schön. Ja, es wird Nacht. Der Abend. Kraut. Was gibt's da als nächstes? Fahrt-Upgrade. Tausend. Mehr Infos. Ja, das hilft mir nicht. Ich wollte wissen, was der upgradet. Ich glaube, ich sage, ich schlafe erst mal. Ich will dieses Blüsch-Tier haben. Ich feier das. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht mal sowas erweitern hier. Das wäre ganz cool. Denke ich. Ne, hier ist nix Neues. Was haben wir hier oben noch? Ist das schon wieder... Oh, das ist schön gewachsen. Ach, ist das gut. Die liegen ja sogar schon. Die sind ja schon rausgeploppt. Na gut. Da werde ich die hier wohl mal vorziehen. Ja, den ganzen. Also, sehr viele immer. So, kriegen die kleinen Allesfresser erst mal was. Guten Morgen. Aufwachen. Frühstück. So. Eilen dann durch die... Guck mal her. Nochmal hier. Ah, hier sind wir schon. Hier. So. Hier ist die Hochgemüse. Bitte schön. Frühstück. Und die anderen kriegt noch ein frischen Quattra-Bären. Es ist doch frische Quattra-Bären. Oh. Äh, okay. Entschuldigung. Bitte schön. Noch nicht zu schnell essen. Und abtab euch den Magen. Kann ich das nochmal upgraden hier? Ja, komm. Wo? Hinten? Okay. So. Immer größer. Schön. Tankbooster MK2. Oh yeah. So. Jetzt wird er wirklich gespart. Jetzt brauchen wir ja keine Upgrades oder sowas mehr. Denn ich möchte sparen. Auf. Okay. Weg gehen. Ich bin da dran. Wenn geht das nicht so richtig. Ich möchte gerne ein neues Gebiet freischalten. Das da drüben. Wenn die Preise natürlich wieder mal steigen würden. Und das auch noch keine Nebenquests. Okay. Keine Aufträge. Oh, die Mizi-Plots. Bei 32 das Stück. Aber die Fels-Plots steigen auch. Das ist auch gut. Zu wissen. So. Cool. Äh, ich brauche glaube ich 1700, ne? Nebenquests gibt es keine. Ich würde gerne nochmal irgendwie vielleicht ein Stück weiter gehen. Bei. Bei diesem Gefahrengebiet da hinten. Ich würde es da interessieren, wo es da weiter geht. Die nehme ich mal mit. Für den Fall der Fälle, dass da irgendwas Hungriges ist und ich brauche was. So viel Notfall. Da hinten ist nichts mehr. Das habe ich weggemacht. Will ich hauen? Ist das ein Mizi? Ein Mizi-Slime? Ach. Im Flug gefressen. Really? Nein. Nein. Weiz. Gerade war so aufwischt. So. Die Plots brauche ich eigentlich nicht jetzt. Ich tue die mal alle jetzt hier hin. Ich brauche die jetzt nicht. Ich bin gerade auf Erkundungsturm mal. Mal wieder. Steinküter. Steinküter. Äh. Steinküter. Sehr schön. Sehr schön. Ich meine sim 50 Sekbes.